Live am Mittwoch, 25. August auf KTV Wir senden für Sie aus der Kirche der Schwestern in Auerbach in der Oberpfalz das Pontifikalamt mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick aus Bamberg sowie die Einkleidungsfeier der Schulschwestern unserer lieben Frau mit Kommentar von Dr. Claudia Kaminski Live am Mittwoch, 25. August auf KTV Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie!